Lauch ist für mich Porree. Irgendwas, was nicht richtig durch ist. Kenne ich natürlich als Gemüse, aber auch nur das. Lauch heißt du Trottel. Auf deinen Nacken. Tut mir leid, kann dir nichts zu sagen. Auf dem Nacken könnte bedeuten, dass ich eine Ohrfeige kriege in den Nacken. Irgendwas Sexuelles, ne? Auf deinen Nacken bedeutet du zahlst. Äppler. Da denke ich an Politiker oder sowas. Von veräppeln jemand, der Leute veräppelt. Ich kenne nur Äppel. Äppler, hat das was mit Äppel zu tun? Der Äppler ist ein Mensch, der mit Äppel Produkten angibt. Bordoritis, das könnte ich mir vorstellen. Jemand, der an der Bordschkante rumläuft. Bordoritis, also ein Puff. Klingt wie Borderline. Bordoritis bedeutet, eine Allergie vor Grenzen zu haben. Brian, das ist sowas wie Brei erzählen, könnte ich mir denken. War das nicht, wenn Babys sich übergeben? Brian, also Name. Brian, ist das was anderes für Göbeln? Brian bedeutet kotzen. Beste jemand, der der Beste ist. Eine Zängische Zandtippel. Beste bedeutet beste Freundin. Beste Freunde. Beste Freunde. Amt meine Zandtippel. melanchitste. hazards